Ich will nicht schlafen, liebe Sonne, denn dann kann ich nichts mehr sehen. Bitte bleib vor meinem Fenster. So, Kinder, das ist Angelika. Sie wird morgen mit euch am Unterricht teilnehmen. Guten Tag, Angelika. Pssst. Du musst aufpassen, dass sie den Nagel nicht gleich merkt. Nein, er steckt ja in der Watte. Den merkt sie erst, wenn sie auf die Spitze geht. Ein Strauß vergiss mal nicht, sagt oft mehr als ein Wort. Komm bitte bald zurück und geh nie wieder fort. Ein Paar vergiss mal nicht, drück ich dir in die Hand. Jetzt ist es auf. Aha. Das ist aber komisch. Der muss verstopft sein. Ich hole den Schuh in den Draht. Das ist recht, ja. Und wenn die Blumen längst vor Müdigkeit die Köpfchen senken, sollst du noch immer, 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 immer an mich denken, ein Strauß vergiss mal nicht. Komm, gib sie mir. Auf Wiedersehen. Oh, entschuldigen Sie. Das ist doch meine Schuld. Nein, nein, ich war ungeschickt. Schau, du willst doch deinem Bruder den Kiosk verschaffen. Willst du das? Na also, dann sei jetzt ein tapferes Mädchen und lauf da drüben um die Ecke. Da ist ein großes Schreibwarengeschäft, dort besorgst du mir einen Block Briefpapier. Ich hab das aufgeschrieben. Da hast du drei Mark. Ach, nimm lieber diesen 20-Mark-Schein. Da gibt es gar keinen Zweifel, der Schein ist falsch. Vieles muss die kleine, stumme Angelika erdulden, weil sie sich nicht verteidigen kann wie andere Menschen. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen. Und wie das Schicksal sie dafür belohnt, zeigt ihnen unser Film, der bestimmt ein Erlebnis für sie ist. Dazu ladet sie herzlichst ein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020